Musik Ja, hallo liebe interessierte, ja, Interessenten am Historischen Museum der Stadt Bielefeld. Ich bin Hans-Jörg Kühne, ich bin Historiker aus Bielefeld und ich will euch heute was über das Volkshaus Suprack erzählen. In dessen Eingangsbereich stehe ich nämlich hier und über mir ist der Schriftzug am Haus, Volkshaus Suprack. Und das hat, wie viele Dinge die klassische Hervorbringung der Bielefelder Arbeiterbewegung waren, eine ganz wechselvolle Geschichte. 1914 ist das eröffnet worden, erbaut worden mit Mitteln der Bielefelder Arbeiterbewegung. Also natürlich war die Sozialdemokratie mit dabei, die Gewerkschaften, die vielen, vielen Arbeiterkulturvereine, die es in Bielefeld gehabt. Und mit deren Mitteln hat man also dieses, hat man zusammengeworfen, hat dieses Haus gebaut, dann Volkshaus Suprack genannt. Und das hat vorne einen Restaurantbetrieb, eine Kneipe und hinten ist ein Saalbau, da passten tausend Leute rein. Also ein richtig großes Projekt der Bielefelder Arbeiterbewegung. Ich sagte es, 1914 eröffnet und das stand dann zur Verfügung, zum Beispiel für Hochzeitsfeiern oder Vereinsfeste oder Geburtstage und, und, und. Alles, was so gewissermaßen die Bielefelder Arbeiterbewegung oder die Bielefelder Arbeiterinnen und Arbeiter zu feiern hatten. Da konnte man also die Räume anmieten und wer es ganz groß wollte, meinetwegen Stiftungsfeste, irgendwelcher Vereine, der mietete sich den Saalbau hin. Wie gesagt, für tausend Leute. Und das alles wurde für einen wohlfeilen Preis, wie gesagt, man war ja solidarisch in der Arbeiterbewegung, Arbeiterbewegungskultur, wurde für einen wohlfeilen Preis hier natürlich dann vermietet. Das ist gut gegangen, auch nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren, 1933, 1934, übernehmen die Nazis das Haus hier und machen da ihre eigenen Festivitäten. Da ist auch die Geschichtsschreibung leider nicht sehr dicht dazu. Und nach 1945 übernimmt wieder die Arbeiterbewegung die Bielefelder. Wir befinden uns hier ja im Sudbrack-Gebiet. Das ist ein ganz klassisches Arbeiterwohngebiet in Bielefeld. Das ist ab 1879 entstanden. Da siedelte sich hier die Weberei Gunst an. Und dann ist das hier gewachsen mit einer Menge Solidarität nach innen. Denn die umliegenden Ortschaften Gellershagen und Schildesche, die gucken also mit hochnäsig auf diese Poleten hier herab. Die sollten gefälligst ihr eigenes Ding machen. Und das haben die dann auch. Nach 1945, 1945 geht es weiter. In den 1950er Jahren finden hinten im Saalbau große Sportveranstaltungen, statt auch Boxkämpfe. Begeistertes Publikum. Das geht bis zu Beginn der 1960er Jahre gut. Und dann hört es plötzlich auf. Dann steht der Laden leer. Die Arbeiterbewegungskultur erodiert immer mehr in Deutschland, obwohl hier immer noch Reste in Bielefeld vorhanden sind. So gab es auf den heutigen Tag. Und dann übernehmen 1964, Tüdi Herfurt heißt der, Rüdiger Herfurt. Das ist hier so eine Art Gastronom oder Großgastronom oder wird Großgastronom. Mit einem Kumpel zusammen übernehmen die den Laden hier, das Volkshaus Subtrak. Und heißen ab da, ab 1964 Oktober, Star Club. Und zwar genauso wie der Star Club in Hamburg, der berühmte. Der ist ja 1962 eröffnet worden in Hamburg. Da traten ja eben auch phänomenal die Beatles und andere Größen der Rock'n'Roll-Side und der Beat-Side auf. Und der Star Club in Hamburg, der verteilte Konzessionen. Ich glaube insgesamt zehn Stück in der alten Bundesrepublik. Und eine ging nach Bielefeld, an diesen Rüdiger Herfurt. Und da durfte der sich Star Club Bielefeld nennen. Und das Emblem auch aus Hamburg verwenden. Das man dort hier auf der Reprobahn 39 sieht. Star Club. Da musste er allerdings nach Hamburg jeden Monat 1000 D-Mark überweisen. Das war irre viel Kohle. Das waren fast drei Facharbeitergehälter oder Facharbeiterlöhne zu der Zeit, die dann nach Hamburg gingen. Jeden Monat. Und er hatte die Verpflichtung, allerdings eine recht gute Verpflichtung, die Bands, die in Hamburg auftraten, auf der großen Freiheit, auch hier auftreten zu lassen. Hier in Bielefeld. So machten die also richtige Mammut-Touren. Und waren dann eben auch hier in Bielefeld zu sehen. Alte Rock'n'Roll-Grußen wie Gene Vincent oder Brenda Lee oder eben diese unglaublich vielen Beatbands aus, unter anderem aus Liverpool, aber auch deutsche Provenienz. The Rattles aus Deutschland, Mike Warner and the Shatters, die waren hier, das ist eine regionale Band. Tony Sheridan, der ist aus England, der hat sozusagen die Beat-Bewegung angeschoben in Deutschland. Gypsum and the Ice, The Jaguars, also alles diese Bandnamen, wo ein The vorsteht. The Undertakers, German Bonds, The Rattles, The Lords, also so heißen die alle. Alle haben ein The im Namen. Und das ist sozusagen die British Invasion in Bielefeld zu der Zeit. Beatles natürlich nicht, logisch, aber das war hier eine ganz große Adresse. Und hier sind Leute aus der ganzen Region hingepilgert, wenn Veranstaltungen waren. Und das war jede Woche. Der Lahn hatte jeden Tag geöffnet. Und jede Woche, Freitag, Samstag, Sonntag meistens auch, war eben Bandkonzerte, manchmal auch unter der Woche. Das ging dann bis drei Uhr nachts. Das war das absolut Maximale, was das Ordnungsamt hier zuließ an sozusagen Nachtaktivitäten in Bielefeld. Bis drei Uhr. Und sonntags bis ein Uhr und unter der Woche dann bis ein Uhr nachts. Dann musste der Laden zumachen. Wie man sich vorstellen kann, überall Wohngebiet drumherum. Das gab schon damals eine Menge Ärger und eine Menge Zoff mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Hier war natürlich, hier musste sogar, wenn Konzerte waren, musste hier die Polizei, ein, zwei Polizisten abstellen, die den Verkehr regeln, also in weißer Kutte und mitten auf dieser Kreuzung hier standen und dann die Autos da durchließen und nach da und nach da winken. Das war also eine ganz große und dicke Hose gewissermaßen für Bielefeld. Und dann unglaubliche Geschichten. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie aus unserer heutigen Sicht unglaublich spießig reagiert wurde. Wenn also Jugendliche natürlich feierten und hinterher richtig, wie man damals sagte, Remi-Demi machten auf den Straßen. Da fand man dann manchmal Schlagzeilen montags in der freien Presse, beispielsweise in der SPD-Zeitung. Später ging die ja auf in der Neuen Westfälischen. Der Twist ist ja bis etwa 1964 noch angesagt. Twist-Jugendliche hängten Gartentor aus. Also das war Landfriedensbruch, ein Verbrechen, unglaublich. Die haben also irgendwo hier so ein Gartentor ausgehängt und da haben sich dann die Leute drüber geärgert. Das war dann also das Schlimmste, was... Nein, das Schlimmste, was passierte, war, dass man einmal ein junges Pärchen auf frischer Tat ertappte. Dort drüben ist der Subprag-Friedhof und die haben es da auf einem, sozusagen auf einer Grabplatte getrieben. Also das war... Also da ging so gewissermaßen die Welt runter. Das war unverzeihlich. Und die Presse berichtete darüber und dann jeden Tag Ordnungsamt hier in den Räumlichkeiten. Um 22 Uhr mussten Jugendliche, die noch nicht älter als 16 waren, raus. Die Ausweise waren vorzuzeigen oder Schulausweis, den man selbst verlängert hatte. Wenn es klappte, die mussten dann raus. Wer 18 plus war, ab 18, der durfte länger bleiben. Ansonsten waren die Kids um 22 Uhr, mussten die raus. Natürlich wurde das versucht zu umgehen, indem man sich auf der Toilette einschloss und dann da hinten wieder raus, um dann vorne sozusagen wieder rein am Bouncer, dem Türsteher, dem Doorman, vorbei. Das war immer so, wenn man den kannte, hatte man gute Karten. Das ist ja bis auf den heutigen Tag so, dass die Leute, ja, Bouncer gewissermaßen gut dabei wegkommen. Und einer der ehemaligen Türsteher berichtete mir als The Prettiest Things. The Prettiest Things sind in den 60er Jahren schwerstens angesagt. International bekannte Band aus England, die sind hier zu Gast einen Abend. Steve Marriott ist der Sänger. Der ist damals eine Größe aus Film, Funk und Fernsehen, wenn man so will. Und die laufen hier auf. Und dann erzählte mir ein ehemaliger Türsteher, dann stand er an der Tür mit seiner Freundin. Und Steve Marriott kam an, schnappte sich die Freundin, ging mit ihr hinters Haus. Und man kann schon sozusagen sich hochrechnen, was dann da geschah. Und das erzählte mir dieser ehemalige Türsteher. Tja, da war es aber mit meiner Freundin zu Ende. Da habe ich dann aber gesagt, so geht das ja nicht. Und ich meine, daran kann man schon an solchen Berichten hochrechnen, was solche Konzepte des Hippie-Tunes, wie freie Liebe oder sowas, das schwappt natürlich auch nach Bielefeld zu der Zeit und wird hier vielleicht hin und wieder missverstanden oder zu heftig ausgelehnt. Drogen findet man hier auch. Allerdings wird eher so ein Schlankheitsmittel. Nicht Pervitin, nicht die Panzerschokolade, die ist nicht mehr im Gange, sondern es ist ein anderes Mittel zum Abnehmen. Das wird sozusagen tonnenweise konsumiert. Zusammen mit Alkohol ist das eine feine Sache und beschert einem also auch einen ziemlich guten Rausch. Natürlich ist hier auch schon so, die Spielarten des Hanf sind hier natürlich auch überall zu gehen. Auch da wettert die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger und schimpfen darüber, das gehe nicht, das wäre ja ganz schlimm. Okay, das erstmal zu diesem Haupteingang. Aber wie gesagt, der Haupteingang des Startup war um die Ecke. Ich kann gerne weitererzählen ein bisschen. Also, hier stehe ich jetzt am tatsächlichen Haupteingang des Star-Club Bielefeld. Hier war der Einlass. Hinter mir sind dann die Räumlichkeiten. Ich sagte schon bis zu tausend Leute und das ist dann so eine richtig kleine Bühnensituation und kommt einem auch relativ, oder die Reste, die noch zu sehen sind, kommt einem dann relativ, ja, eben wie so ein Saalbau. Man meint fast noch das abgestandene Bier zu riechen und Zigarettendunst und alles. Jetzt sind immer wieder wechselnde Leutchen hier drin, wechselnde Firmen, die irgendwann waren Waschmaschinen hier gelagert. Jetzt sieht das alles irgendwie ein bisschen seriöser aus. Offenbar ist endlich mal ein Punkt gefunden, wo sozusagen das Viertel also mit diesem Volkshaus zur Ruhe kommt. Zum Star-Club nochmal zurück. Uli Wegener, das ist so einer aus Bielefeld, so ein ganz Begeisterter. Der erzählt mir dann so alles Mögliche, auch von den Leuten aus Hamburg, die natürlich sich auch den Laden hier mal angeguckt haben und wie es so läuft. Ganz berühmte Kiezgrößen, mit denen hatte man es dann zu tun. Manfred Weißleder aus Hamburg, Manfred Johnny Weißleder. Johnny war sein Spitzname, weil Weißleder irgendwie an Weißmüller erinnerte, den Tarzan-Darsteller und Schwimmstar. Und Horst Fascher, diese zwei Kiezgrößen, die hatten den ab 1962 in Hamburg, den Star-Club, aufgemacht. Und wenn man sich deren Biografie anguckt, dann muss man vorgewarnt sein. Also Manfred Weißleder, ich wollte schon Weißmüller sagen, Weißleder, der hatte verschiedene Bars, die Betriebe in St. Pauli und Horst Fascher. War jemand, der wollte Boxprofi werden, Ostfascher, Boxprofi und im Fliegen- oder Wältergewicht. Das klappte dann aber nicht, weil er kriegt ein Verfahren am Hals, weil er bei einer übel Schlägerei auf der Straße einen Matrosen totgeschlagen hatte. Da erwartete er also eine Gerichtsverhandlung. Obendrein erwartete er noch eine Gerichtsverhandlung wegen achtfacher schwerer Körperverletzung. Das waren die Jungs aus Hamburg. Der hatte in Hamburg ein paar Schläger um sich herum gesammelt, diese Horst Fascher Hoddles Gang. Und die konnte man mieten und bestellen, wenn es irgendwie Schwierigkeiten hier irgendwo gab. Dann riefen die auf und sorgten für Ordnung. Also mit solchen Leuten hatte man es zu tun. Und ich weiß nicht, ob Thüdi Herford und ein anderer Herr Feehoff, das war glaube ich der zweite im Grunde, der den Bielefelder Star-Club betrieb, ob die, wie soll ich sagen, dem solcher rabiaten Vorteilsnahme gewachsen waren. Okay, das bleibt so ein bisschen letztlich im Dunkel. Immerhin lief dieser Star-Club-Bielefeld ja recht gut eine Zeit lang. Das war das Mekka der Jugend schlechthin. Hatte eine ganz scharfe Konkurrenz. Erstaunlicherweise in Herford. Der Jaguar-Club in Herford machte 1966 auf. Und da traten dann wirklich die ganz Großen auf. Darum mache ich heute eine Ehrenrettung für den Star-Club. Die ganz Großen in Herford 1967 tritt Jimmy Hendrix da auf. The Who und The Queen. Das waren drei Künstler-Bands, die auf dem Weg zu Weltstars waren. Die traten in Herford auf. Herford hatte die gute Verbindung zu Radio Bremen und dem Beat-Club. Bei Radio Bremen lief ja der berühmte Beat-Club, späte Musikladen. Und die Bands, die da auftragen, das war natürlich eine ganz andere Kategorie. Die schickte der Typ nach Herford, weil er Carola Frauli kannte. Die betreibt den Jaguar-Club in Herford. Während eben die Leute vom Star-Club hier in Bielefeld sich auf die Leute verlassen müssen. Und die Künstlerinnen und Künstler, die eben im Star-Club in Hamburg auftragen. Da aber auch, kriegten sie aber auch nicht die ganz Großen. Es gibt vielleicht den berühmtesten Live-Mitschnitt eines Rock'n'Roll-Künstlers. Wo manche Kritiker bis heute sagen, das ist die pure Essenz des Rock'n'Roll. Das war der alte Rocker Jerry Lee Lewis aus dem 1950er-Jahr. Da hatte er seine großen Hits. Der spielte 1964 einige Konzerte im Star-Club in Hamburg. Die wurden live mitgeschnitten mit damals guter Technik. Und da denkt man, boah, das geht aber ab. Meine Fresse. Irgendwie hat der natürlich vorher funztweise Linien gezogen oder sonst nicht schnell gemacht. Und dann hat er eine Band, die Nashville Teams heißt. Die kommen kaum noch hinterher, weil der so ein wahnsinns Tempo vorliegt. Und wenn man sich diese Live-Aufnahmen anhört, dann kann man zumindest hochrechnen, wie es auch in Bielefeld gewesen ist. Bei dem Publikum, was hier drin war. Denn es gibt keine Live-Mitschnitte, weder aus Bielefeld im Star-Club noch aus dem Jaguar-Club in Herford. Leider gibt es keine Live-Mitschnitte. Nur diese Live-Mitschnitte aus Hamburg. Und da kommt Jerry Lee Lewis dann auf die Bühne und das Publikum ist schon total, das tobt schon. Und die Jerry, Jerry, also die skandieren schon. Und er geht so ganz, ein totaler Angeber nennt sich selbst The Killer. Dann geht es auf die Bühne, ja, Jerry, Jerry, so, ja, danke. Und bedankt sich für den Applaus. Und dann setzt er sich ans Klavier mit der Band. Ladies and Gentlemen, you broke my bill and you ran to my band. Und fängt einen seiner größten Hits an. Und du hörst alle singen mit. Wort für Wort, alle. Und es geht sofort, bricht der ganze Laden zusammen. Und das kann man vielleicht, man muss sich das anhören, das kann man auf YouTube sich mal anhören. Da ist das, irgendjemand, irgendein netter Mensch hat das da reingestellt. Da kann man sich hochrechnen, was auch hier in Bielefeld los war, in dem Star-Club. Das Ganze dauert vier, viereinhalb Jahre, 1969 ist Schluss, aus. Und genauso wie in Herford, irgendwie setzt sich das durch, ja, Diskothek setzt sich durch. Da kommen Leute, die haben zwei Plattenteller, ein Mischpult und sind dann Plattenplauderer, klingt nach DDR. Also so heißen die dann in den 60er Jahren. Und die übernehmen das so. Ist viel billiger. Oh, man hat keine Bands oder drei, vier Bands, die den ganzen Land spielen, sondern man stellt den Plattenplauderer hin. Der hat die 45er-Singles, die Vinyl-Singles und einer der ganz Großen ist Gerd Augustin, der war bei Radio Bremen, auch im Beat-Club, moderierte dort. Der war dann auch hier zu sehen. Allerdings nicht hier im Star-Club, sondern in der Eisenhütte, Marktstraße hier in Bielefeld. Die Eisenhütte war das andere große Domizil, wo Bands auftraten. Unter der Eisenhütte gab es die Jazz-Klausel, klingt auch irgendwie sehr spießig und doof. Auch da eine unglaubliche Szene. Und die dritte große Auftrittsmöglichkeit für Bands war hier in Bielefeld auf dem Johannesberg, wo jetzt das vielgeliebte Novo-Hotel aus Beton steht. Da war ja früher noch sozusagen diese Räumlichkeiten der Bielefelder Schützen, die waren da oben. Das wurde ja irgendwann abgerissen in den 70ern. Und dort, das war die dritte große Veranstaltungsmöglichkeit. Aber das Zentrum bis 1969, das ist hier der Star-Club. Und viele, klar, da gibt es dann regionale Konkurrenzen, sagen, das Ding hier, das brannte. Da war was los, wenn man was erleben wollte. Dann ging man hierhin, ging Gartentore aus, trieb es auf den Grabsteinen des Sudprag-Friedhofs und schluckte dieses, hier und wie, weiß ich, kann ich nochmal nachforschen, kann man ja googeln, dieses komische Schlankheitsmittel zusammen mit Alkohol. Und hatte dann ein tolles Wochenende. Danke für die Aufmerksamkeit, liebe Leute. Und gerne demnächst mal wieder. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017